Moin Moin und rein da I'm FUHT Der hat einen Headshot, der hat einen Headshot Ich muss aufpassen mit der Maus, dass ich meine Nein, nein Chat, also Die Maus ist aus Ne, oder? Oh nein Sascha, bitte Nein Sascha, bitte Nein Sascha Sorry for man Meine Maus ist broken Ich steh auf Latinos und Albaner Danke Justin Ihr habt voller Beitrag Nein, nein, nein Ihr würdet mich nie mehr sehen Nein, nein Bruder Wo ich Alter der Mann ist sauer Was spielt der jetzt? Higher oder lower Da muss man raten, was wird mehr gegoogelt Ah Das triggert so, weil da so viel kommt, was ich nicht kenn Nein Und dann ist es immer kein Wissen Ja klar Sondern raten Nein Einfach so noch Aus Frauen sind wie Steak Leute, heute reden wir darüber Warum sind Frauen wie Steak All I do is win, 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 win No matter what Kevin, bitte Warum? I got money on my mind I can know And you win Ohhhhh She has been Es fühlt sich an wie so der Familiengeburtstag Und der Onkel ist schon 20 Uhr betrunken So ist ungefähr die Stimmung gerade Mit Money Mark habe ich einen Tornado gezündet Und dann habe ich mich fast eingekotzt Ich wollte gerade sagen, warst du nicht auch da? Ich hab, nein Ich hab da nichts gemacht auf dem Konzert Die Passes 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 Ja Ich gehöre dir aus den Baberodon Serti Die Leute da Die sitzen auf Every generation So ist sie Be careful auf das Feet you show So I do not Kommt Sascha auch? Heute? Ja, ich glaube schon Ja? Nice I don't have a kitchen, yes, they need to show me Bigger Hast gelesen? Ja Kommt von letzter Nacht Ich hab ne Wette verloren Dann haben wir noch Honeymoon hier Honeymoon ist auch da gewesen Ich muss ehrlich sagen Nico war übrigens an dem Abend komplett nüchtern Liebe Leute, ich bin extrem Das hast du jetzt nicht ernst gemeint, oder? Alter Scheiße, du Dreck so! Ah ja, okay Ich finds extrem lustig, wie Jens es jedes Mal spielen kann Honey Mark war auch sehr nüchtern Ich übrigens auch Warte ganz kurz Aber der hat doch auch mal Nee, ich kanns genauso machen Ich kanns genauso machen Ich kanns genauso machen Boah, Jens hast du viel gesoffen Was? Was war seine Mission? Er wollte ich glaube ich Jens nachmachen, aber Ja genau Okay Du hast das Revie einfach abgehoben, liest keine subs vor Wer nicht Genau Hat lange geübt, perfekt, danke dir Dinger Also ich sag es euch ganz ehrlich Ich bedanke mich nochmal ganz ehrlich, wenn Jens in seiner Show dabei gewesen sein dürfen. Es ist extrem jubiläum... Jubiläumsmäßig. Merhaba. Welche Stadt sind wir nochmal? Hamburg? So. Und dafür sind gute Freunde da, um auch mal zu unterbrechen. Junge, Junge, Junge. Funny an der Stelle, dass ich in dem Moment gerade am Kotzen war. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß, ja. Weil ich habe nach vorher in den Tornado gezündet, der hat Nico einfach anders ins Gehirn geschossen. Ich habe einfach direkt auf den Boden gekotzt und Manni mag, den ging es auch nicht gut, sage ich mal. Ja, gut, dass ihr Sascha dabei hattet. Ja. Nicht für Ehrenbruch. Ja. Sehr, 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 sehr mega geil. Das war in der Bar und dass Nico zehnmal wieder reingekommen hat, sich verabschiedet. Alles klar. Warum klatschen die auch so dumm? Ich wollte mich beschweren. Okay, gerne. Über das Polizeidepartment, ja. Okay. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, einer ihrer Kollegen hat gerade bei der Ausfahrt von der Garage einen Zivilisten umgefahren und dann die anderen Schuld gegeben. Interessant. Interessant. Beschwerde abgelehnt. Max, Junge. Ja, das ist richtig. Du musst dir kurz erklären, wieso können die reden? Sind das echte Menschen? Die spielen alle einen Charakter in Gen quasi, ja. Kann man das online zocken wie COD? Genau, ja. Und dann sind da fremde Menschen auch dabei. Dann läuft man da rum und kann sich quasi in der Stadt anlabern wie in der echten Stadt. Nur dass man halt hier eine Waffe hat. Und man kann mit jedem reden einfach. Ja. Boah, du musst mir das erklären. Ich glaube, es wird mal ein Spiel. Snoop Dog. Willkommen bei Wer wird Millionär und die Frage lautet, was wird Monty darauf antworten? Ist es A? Ich habe meine Mutter. Ist es B? Richtig und richtig. Ist es C? Es gibt Kult. Also es gibt natürlich auch... Und dann ich... Also... Wie soll ich sagen? Oder ist es D? Diese QEnerie. Kann ich kurz Sprachnachricht machen? Aber geh mal kurz in unser Ankleidezimmer. Da ist ein Tangle-Teaser in meinem Koffer. Den müsstest du eigentlich direkt sehen. Alles klar. Ja, I'm Eric. Die Live-Camp-Deiner... Kannst du mal kurz... Philippe hat mich das gefragt. Er so... Hast du meinen Tangle-Teaser vom großen Bart gesehen? Ich weiß nicht, was ein Tangle-Teaser ist. Echt jetzt? Was ist ein Tangle-Teaser? Kannst du diese... Ihr habt hier im Bart auch einen. Dieses kleine Ding, was eigentlich ein Kamm ist? Vergiss es. Hey, Mutter. Ich zeig's dir später. Es wäre Antwort A gewesen. Aufpassen, aufpassen. Was ist da? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiß fie ich, Alter. Junge. Verzeihend sie, entschuldigen sie. Herr Solmecke. Herr Solmecke? Nein, oder? Herr Hort. Ähm... Ja, was ich euch fragen wollte. Hättet ihr eigentlich Bock, mal so... By the way, wollt ihr mich fragen, auf einen Stream mit dem lieben Insta-Cope wieder? Das ist komplett natürlich. Ich sag auch sowas wie, kannst du kurz auf den Balkon, ich muss mies scheißen. Was? Kannst du kurz auf den Balkon? Ja. Ich muss mies... Ja, was sollst du denn auf den Balkon? Ja, die sollen mir ja nicht mehr am Kacken zuhören. Absolut nachvollziehbar. Wirklich? Kommt sie aus Frankreich, weil sie das eher so betont? Ich komme aus Bayern, Herzis. Ach, da steht ja auch Franken, nicht Frankreich. Genau. Kommt sie aus Franken, weil sie das eher so betont? Kommst du aus Franken? Bayern. Wo ist der Unterschied? Bayern ist doch ein Franken... Äh, Frank... Nein. Franken ist in Bayern. Nein, mach dich jetzt nicht lächerlich. Ich mach mich nicht lächerlich. Ist Franken... Hä, doch, Franken ist doch kein Bundesland. Franken muss in Bayern liegen. Oder? Wie erklär ich dir das? Ich komme aus Bayern einfach. Raubing? Ganz genau. Perfekt. Einer hat es richtig gut erklärt. Franken wird ausgeschlossen. Was haben die gemacht? Die sind einfach keine... Das gehört... Das zählt einfach nicht. Aber warum? Die werden gerne, aber sind nicht. Ja, aber die sind doch... Nee. Okay. Das zählt einfach nicht. Denn nach der Bevölkerung, Fläche, größte Teil Frankens gehört zum Freistaat Bayern und ist in drei Regierungen mit ca. Mittelfranken, Oberfranken und Unterfranken gegliedert. Was gehört zu Bayern? Nein. Doch? Also da steht... Per Definition gehört es zu Bayern. Nein. Okay. Wenn du jemanden... Wenn du jemanden fragst, der aus Bayern kommt, dann gehört Franken nicht zu Bayern. Und wenn ich jemanden aus Franken komme, frage der auch aus Bayern... Dann wären die gerne aus Bayern, das zählt aber nicht. Rein, also für das Verständnis, Franken gehört zu Bayern. Aber das ist... Das zählt einfach nicht. Sieht ja gerade, dass ich fett bin. Ich glaube, ich lese nicht richtig. Jetzt wissen wir, wie das nächste Date ablaufen wird. Elena draußen am Warten. Minwahl bei Nico. Entspannend. 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 Könnte ich ja meinen Dienstausweis haben. Also das allererste, was Sie machen können, ist ein bisschen den Mund auseinander machen beim Regen. Und dann kann ich auch was verstehen. Tut mir leid, dass ich eine Behinderung habe. Ey, das ist mir auch schon passiert. Oh, das ist so... Ich stand da und dann kam so einer. Die, 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 die Hände hoch. Und ich so, kann ich mit einem reden, der ganze Sätze baut. Und dann schreibt er in den Chat oben. Ich habe eine Sprachbehinderung. Und ich so... Verdammt. Oh, no, 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 no. Das ist nicht die Wahrheit. Die so ein Highlight-Video gucken, nehmen sich danach noch die Zeit und googeln den Künstler ihres Lieblings-Clips. Geschweige denn, sie gucken in die Videobeschreibung. Oh, was ist denn hier? Wer ist das? Gigant? Ist das der? Nick? Ja, Nick. Und klicken den Künstlern, die da drinnen waren, alle einzelnen und abonnieren die. Wer ist denn das? Ist das Gigant? Bruder, er... Schade, Marcel. Schade, Mann, schade. Das Ding ist, also Monte widerspricht dich halt zum Glück nicht selbst. Das ist ganz gut. Authentisch. Danke für die Waffe, Herr Marpes. Und das meine ich jetzt nicht. Das meine ich nicht ironisch. Das ist ein Clip von uns beiden jetzt. Das ist jetzt was interessant. Danke für die Waffe, Herr Marpes. Was? Wer ist es? Wie an die Frau? Warum soll ich einen Gruß an meine Frau? Die hat sie doch in diesem Pozio-Led gerippt. Ja, ich will einen Gruß an deine Frau. Was soll ich... Ja, okay, dann f*** deine Frau. Was soll ich denen sonst sagen? Herr Marpes. Ehrlich, ist man nett, macht man nicht gut. Ist man nicht nett, macht man auch nicht gut. Was willst du denn von mir? Was willst du von meinen Eiern? Kannst du mal den Hut aufsetzen? Den Pernückel? Nee, das ist kein Pernückel. Das ist einfach ein Zylinder. Scheiße, ich bin ein bisschen kass mit dem Power. Am Marsch steht der aber halt irgendwie... Ich finde das... Ja... Ich finde es schon. Guck mal. Spike! Genau. Schlag, Isa. Boom! Toll. Nee, also wirklich toll. Toll, oder? Super. Nee, ist super. Also wirklich. Super. Okay, ich würde sagen, jetzt drehen wir kurz das Video.